So, liebe Ofenfreunde, weil es so schön war mit den Scheibendichtungen, jetzt kommen wir zu den Türdichtungen. Wir haben jetzt hier mal zwei Morille, die haben unterschiedliche Dichtungen und das zeigt man euch ganz kurz, worauf ihr achten müsst. Also hier haben wir beim Lederofen die weiße Dichtschnur, die man hier sieht. Sitzt in einer tiefen Kerbe drin, wie man unschwer erkennt. Und es ist eine normale Runddichtung. Ganz normal, ob die jetzt weiß ist oder grau oder schwarz, das ist völlig egal, ist eine normale Runddichtung, die jetzt hier einfach eingepresst wird. Die hat 12 mm, würde ich sagen, und sitzt dann praktisch hier drauf, auf diesem Rahmen. Deswegen ist die hier drinnen versenkt. Wenn ihr die jetzt nun, also die wird mit der Zeit hart, spröde und hat nicht mehr wirklich eine Dichtwirkung. Das heißt, ihr reißt die dann einfach raus, reinigt das ordentlich, mit einem Schraubenzieher, mit irgendwas, sodass da keine Fäden mehr rumhängen, alles schön dauerbar ist. Und dann wird hier Kleber drauf gemacht, Dichtungskleber und die Dichtung wieder eingepresst. An den Enden, wo ihr sie abgeschnitten habt, die Dichtung, also auf Länge geschnitten, gibt es Endkappen für, damit es nicht ausfranst. Oder, wenn ihr die Endkappen nicht habt, nehmt ihr Kleber. Das dauert dann halt nur einen Moment, ihr müsst den Kleber einmal drumherum schmieren sozusagen und die Dichtung erstmal in die Ecke legen, weil der Kleber wird halt auch brechend hart. Das ist nichts anderes als eine Endkappe. Aber besser sind die Endkappen, weil die am Anfang natürlich noch elastisch sind und sich ein bisschen einfacher verarbeiten lassen. Also wenn ihr eine Dichtung besorgt, besorgt euch auch immer die Endkappen dazu. Meistens im Set sind sie dabei. Ja, dann reißt du es einfach, wie gesagt, raus, Kleber reinigen, Kleber drauf und dann die Dichtung einpressen. Und dann dauert es je nach Kleber so zwischen vier Stunden und mal den ganzen Tag, bis das richtig angezogen ist. In der Zeit ist es nicht wirklich verboten zu heizen, nur könnt ihr die Dichtung, die Tür nicht komplett zumachen, weil dann würde unter Umständen eins passieren, die Dichtung bäckt dann quasi am Körper an, dadurch, dass der Kleber noch nach außen gedrungen ist. Ihr zieht es weg und dann reißt ihr die Dichtung wieder raus. Also am besten tatsächlich wirklich dann den einen Tag nehmen, nicht heizen und warm. Das ist also eine Dichtung, die kriegt ihr überall. Runddichtung, Baumarkt, sonst wo. Es gibt Qualitätsunterschiede, kommt immer ein bisschen drauf an, wie viel Keramik da drin ist und so weiter. Aber geben tut es sie quasi überall. Anders sieht es bei dem Modell hier aus. Hier sieht man, dass die Dichtung eine besondere Form hat. Also ich habe eine geflochtene Dichtung, heißt, hier drin sind Fäden, die haben eine höhere Stabilität, die halten also auch länger. Aber hier hinten drin sieht man, die hat eine besondere Form. So, dass ich sie reinpresse, in den Spalt, in den schmalen und dann aber eben immer noch eine runde Dichtung auch nach außen steht. Die Dichtung kriege ich nur beim Hersteller. Es gibt verschiedene Anbieter auch im Internet, die versuchen, verschiedene Dichtungen nachzubauen, beziehungsweise haben die dann praktisch als Ersatz für bestimmte Modelle im Sortiment. Das kann man probieren, aber die Hersteller wissen davon meistens ja nichts. Und ich würde immer empfehlen, weil der Unterschied ist, vielleicht 10 Euro, 20 Euro vielleicht auch manchmal, beim Hersteller zu kaufen, weil dann hat man auch jemanden, bei dem man sich beschweren kann, wenn es nicht passt. Also so ist es natürlich immer ein bisschen Rätselraten. Die aber genauso gehandhabt, rausgewissen, alles sauber gemacht und wieder neu eingeklebt. Und hier seht ihr übrigens auch die Endkappen. Das sind die Endkappen, die ich eben meinte. Und die Dichtung ist jetzt entweder hier begonnen oder hier begonnen eingeklebt. Einmal drumherum und hier endet es. Also ihr macht, wenn es geht, es gibt natürlich Modelle, wo das jetzt hier komplett getrennt ist. Also das ist dann separat, ich kann die Dichtung gar nicht so rumlegen. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, so wenig wie möglich Stoßflächen. Also eine habt ihr in jedem Fall, versucht aber gar keine, also gar keine Dichtung, so wenig wie möglich hinzukriegen. Also nicht irgendwo von hier bis hier, von hier bis da und so weiter. Das wäre Unsinn und die haben es ja schön einfach gemacht jetzt in dem Fall, weil hier ist es schon rund gezogen. Bei manchen ist es ja sowieso völlig eckig und dann ist es genau in der Ecke immer blöd, die Dichtung einzukleben. Weil logischerweise es sich nicht so einfach biegen lässt da drumherum und der Kleber sehr gut halten soll. Auch in dem Fall ein kleiner Tipp. Wenn er einen kleinen Schraubzwingel oder irgendwas anderes hat, was das erstmal hier anpresst, dann nimmt er das. Anpressen, so dass der Kleber richtig anziehen kann und dann hält es ja auch. Aber wenn er es einfach so reinklebt, kann es immer wieder passieren, dass die Dichtung ein Stückchen rausrutscht und dann eben eine gewisse Undichtigkeit entsteht. Ja, das war es eigentlich zu den Dichtungen, Türdichtungen. Das ist für jeden normalen Handwerker eigentlich kein Problem. Dauert ein paar Minuten. Also es geht wirklich relativ fix. Da ist so eine Dichtung gewechselt. Wenn ihr die richtige Dichtung habt, erkundigt euch vorher. Und punktet natürlich auch, dass die Tür, falls ihr, das mache ich jetzt auch nochmal als kleinen Tipp, wir haben jetzt hier verstellbare Backen sozusagen. Also diese Magnete in dem Fall. Die kann ich nach außen führen. Also ich kann die Schraube los, dann kommt das ein bisschen weiter raus. Ihr müsst es natürlich, wenn ihr eine neue Dichtung einbaut, in den ursprünglichen Zustand wieder zurückversetzen. Und was ihr immer machen könnt, ist gucken, mit einem Blatt Papier, das dazwischen geklemmt, das darf ich nicht einfach so rausreißen können. So ohne Widerstand, sondern da muss ein gewisser Widerstand drauf sein. Dann habe ich die Dichtung richtig drinne und dann habe ich wieder einen wunderbar funktionierenden Ofen. Wenn es Fragen zum Dichtungswechsel gibt, dann bitte einfach in die Kommentare schreiben oder ihr schreibt uns eine E-Mail. Und dann sehen wir uns in einem neuen Video wieder. Bis dann.